Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren wunderbaren neuen Folge von Anime Erklärt. Ich bin ziemlich erkältet, ihr nicht? Und heute soll es einmal um das Dorf der Dunkelelfen in Evasha gehen, das 1-Wol-Gon getarnt als Elf, so wie Aura und Mare besucht haben und dort ungefähr eine Woche gelebt haben. Doch zuvor sag ich wie immer an dieser Stelle Dank an alle meine Kanalmitglieder für den tollen Support sowie Dank an alle Nutzer der YouTube-Thanks-Funktion. So und dann mal zum eigentlichen Thema. Das Dorf der Dunkelelfen ist ein mittelgroßes Dorf mit um die 200 Einwohnern. Es ist isoliert von anderen Dörfern der Dunkelelfen, einfach weil es tief im Wald von Evasha liegt. Und der einzige Weg zu den anderen Dörfern führt eben durch diesen Wald. Es gibt dort keinen absolut sicheren Pfad und die Reise ist dort immer sehr gefährlich. Zum einen sind die Dunkelelfen wie Hochelfen Baumbewohner und mit ihrer Magie werden gezüchtete und geformte Elfenbäume bewohnt. Doch nicht nur die Höhe der Bäume und der Wohnraum gibt ihnen Schutz. Auch wurden um das Dorf herum stark kriechende Pflanzen gezüchtet, die den Geruchssinn der meisten Räuber komplett überfordern können. Und im Wald von Evasha ist selbst der temporäre Verlust des Geruchssinns wie eine vorübergehende Blindheit beim Menschen. Man kann nicht nur nicht mehr jagen gehen, sondern wird auch selbst leichter Beute, da man Feinde vielleicht erst viel zu spät bemerkt. Aus diesem Grund gibt es eine relative Sicherheit im Dorf. Doch der Wald ist und bleibt gefährlich und die Jäger des Dorfes sind so sehr erfahren und sich so bewusst, dass sie die Territorien nahe zu aller großen Bestien um sie herum kennen und beobachten. Ankylurus, halb Ankylosaurus, halb Ursus, also Bär, ist in den Erfahrungen der Dunkelelfen sehr territoriumstreu und verteidigt dieses gegen alle anderen Räuber. Er kann damit quasi andere Räuber um das Dorf herum abwehren, ohne es jedoch zu wissen, dass dort ein Dorf ist. Doch da sich dieses Territorium mit seinem Wachstum und dessen gestiegenen Energiebedarf immer mehr ausdehnt, kann es zu Konflikten mit anderen Artgenossen kommen, die ebenfalls sehr, sehr territoriumstreu sind, einfach weil sich die Territorien im Laufe des Wachstums und des Größerwerdens irgendwann überlagern werden. Solche Änderungen im Verhalten der Waldbewohner sind so gravierend, dass die Dunkelelfen die lebensnotwendige Jagd um Tage verschieben würden, bis sie genaueres in Erfahrung bringen können, wie das Revier des Ankylurus sich verändert hat oder ob er überhaupt noch lebt. Was uns nun zu den Jägern bringt, in der Elfengemeinschaft gibt es nur Jäger, denn jeder, der kämpfen kann, kann auch jagen, egal ob Krieger, Bogenschütze oder Ranger. Jeder, der auf der Jagd einen Nutzen erbringen kann, wird mitgenommen. Den Luxus, einen Soldaten mit Nahrung und Logis zu versorgen, damit er sich voll und ganz auf den Kampf gegen beispielsweise menschliche Feinde konzentrieren kann, können sich die Dunkelelfen schlicht und ergreifend nicht leisten. Und damit kommen wir zur Ernährung. Zunächst einmal haben die Elfen in den Baumkronen, also sowohl Dunkel- als auch Hochelfen, Gemüsegärten eingerichtet, die von Druiden mit Erde versorgt werden. Anstelle die Erde mühevoll, die Bäume hinaufzuschleppen, wird die Erde animiert und erklimmt mithilfe von druidischer Magie selbstständig die Bäume, bis sie die Beta erreicht hat. Natürlich wird nicht nur die Erde bewegt, sondern ganze Elfenbäume mit Magie gezüchtet, geformt und gedüngt. Die Gemüse- und Salatauswahl, die die Elfen landwirtschaftlich anbauen können, werden durch Insekten ergänzt. Während Würmer, Maden, Grashüpfer und andere kleineren Sekten eher als Beilage dienen, so sind die Spinnen oftmals so groß, dass sie durchaus den Spieß umdrehen und die Elfen verspeisen können. Die Snack that bites back, wie es so schön heißt. Doch dank Auras Jagdkünsten gab es richtiges, anständiges Essen in dem Elfendorf, nämlich Giga-Elch-Fleisch. Und der Giga-Elch, wie der Name schon sagt, ist ein noch größerer, noch stärkter Elch, der sich trotzdem dank Forest Walker, derselben Fähigkeit, die auch Auras stärkste Bestie, nämlich Fenri hat, mühelos, trotz seines gigantischen Geweihs, im dichten Unterholz des Waldes bewegen kann und mit seinem gigantischen Geweih tödliche Ramangriffe ausführt. Daher bevorzugen es Elfen normalerweise, von den Bäumen aus zu jagen. Doch da Aura an ihrer Seite war, konnten sie dieses Mal den Giga-Elch auf dem Boden auflauern, wo ihn Aura, mit immerhin zwei Pfeilen, aus einem relativ schlechten, jedenfalls aus ihrer Sicht, dunklen Elfenbogen töten konnte. Der Elch wird dann an Ort und Stelle von unangenehmen Innereien befreit und dann zügig ins Dorfinnere transportiert, wo die Vorratskammer der Elfen liegen, so wie all die alten Elfen und die Elfenkinder leben, während die Jäger den Siedlungsrang bewohnen und bewachen. Dieses harte Leben ging auch an der Elfengesellschaft nicht spurlos vorbei. Die Dunkelhelfen lebten ursprünglich im Wald von Torb, wo die Bedingungen zumindest so ertragbar waren, dass sich eine elfische Hierarchie durchsetzen konnte, bei dem die Älteren an der Spitze stehen und die Gemeinschaft anführen. Etwas, das den jungen Elfen gar nicht mehr passt, da sie Tag ein Tag aus mit Hilfe ihrer Stärke überleben müssen und von daher der Meinung sind, dass Stärke sowie die eigenen Fähigkeiten und nicht alter Weissein und Erfahrung jemanden für die Anführerschaft des Dorfes qualifizieren sollten. Diesen kulturellen Bruch konnte eins unbewusst sogar für sich nutzen. Und wo wir gerade beim Overlord sind, eins fiel auf, dass die elfischen Behausungen doch relativ beengt sind. Sie sind zwar groß genug, damit er, Aura und Mare Platz haben und dort essen konnten, essen das by the way den Erfahrungen von Aura und Mare nach hinter den kulinarischen Standards von Nazarick zurückgeblieben ist, aber ein Zulgon ist seit Jahren auch einen anderen Lebensstil gewohnt. Gerade wenn man bedenkt, dass Teile von Nazarick wie der Thronsaal Schloss Neuschwanstein nachempfunden sind. Abschließend lässt sich sagen, dass die Dunkelhelfen vielleicht nicht unbedingt Apropos gewohnt, da die Dunkelhelfen ursprünglich aus dem großen Wald von Top stammen, was wir dank dem Anführer von Krallgra wissen und sie erst vor 300 Jahren in den Wald von Ivasha flohen, so ist davon auszugehen, dass der Sealed Evil Tree mit dem unaussprechlichen Namen aus der Bonusgeschichte sie seinerzeit vertrieben hat. Denn nicht mal Aura konnte die vielen Lebenspunkte dieses Baumes überhaupt messen. Aura, der Level 100 Ranger wohlgemerkt. Und vor 300 Jahren soll auch Deep Darkness Dragonlord einen anderen Spieler besiegt und ihm sein World Class Item abgenommen haben. Was vielleicht bedeutet, dass der Baum nicht unbedingt direkt aus Yggdrasil stammt, sondern möglicherweise mit Hilfe von einem World Class Item herbeigerufen worden ist. Wo er nur halt an der Oberfläche erschienen ist, während der Spieler selbst tief in den Höhlen und Gängen unter Top gegen Deep Darkness Dragonlord kämpfen und letzten Endes sterben musste. Wie gesagt, nur eine Theorie. Aber ihr merkt schon, dass so langsam aber sicher alle anderen Handlungsstränge sich mehr und mehr miteinander verknüpfen und sich zu einem einzigen zusammenhängenden Strang zusammenfügen. Und nächstes Mal werden wir da ja auch einen Blick auf Einzelgrundsleben in dem Dunkelhelfendorf werfen. Doch für heute soll es das gewesen sein. Und ich sage danke fürs Zuschauen, freue mich auf eure Kommentare und Anregungen unter diesem Video und natürlich sage ich wie immer besonderen Dank an Animangatv.de Blue Planet 6 White Bird Best Philipp Mr. TNT Fabian Karibasas Maske David André Hope Hauer Nix Morgdiel Sebastian Dark Phoenix One Despotanis Nemasa1106 Peng der Pirat Florian Peter Lordikon3D Kizune Tiva Tiva und Tobi CTC Danke Leute. Und damit wünsche ich euch wie immer an dieser Stelle habt einen wunderschönen Tag. ob itself. convey ich euch nello wie auch $15 An Krass Untertitelung des ZDF, 2020